Herzlich willkommen in den Räumlichkeiten der Firma Schminke. Mein Name ist Dirk Schmidt, ich bin freischaffender Künstler aus Köln und zeige Ihnen heute die Anwendung eines Mediums für die Ölmalerei und zwar das Medium L. Medium L ist gedacht, um die Farben weicher zu vermalen, um den Strich zu glätten und um den Glanzgrad ein wenig zu erhöhen. Es ist tixotrop eingestellt. Tixotrop-Einstellung bedeutet, dass es relativ fest ist und erst durch mechanische Bearbeitung weicher wird. Das heißt, wenn ich es verrühre, wenn ich es schüttle oder wenn ich es eben mit dem Pinsel vermahle. Es ist so fest eingestellt, dass eigentlich nichts rauslaufen kann und das macht auch Sinn, weil wenn man es fest eingestellt hat, kann man es auch letztendlich mit festeren Farben, die ich hier auch schon mal vorbereitet habe, das ist die Norma-Ölfarbe, vermischen. Ich nehme es mit einem Malspachtel aus der Flasche und setze es auf die Palette zu meinen Farben. Wichtig ist, dass Sie nicht überdosieren, also 10 bis 20 Prozent sollten ausreichen, mehr macht auch wenig Sinn. Ich nehme immer einen kleinen Teil weg und setze ihn neben meine Farben. Sie sehen, es ist sehr fest gelartig und wird nun untereinander verminkt. Ein Malspachtel oder ein Malmesser ist dafür ideal. Es ist besser, als einen Pinsel zu nehmen, wie man das normalerweise gewohnt ist. Eigentlich sind die Malspachtel und Malmesser auch gedacht, um unter anderem die Farben auf der Palette zu vermischen mit Medien oder auch untereinander zu mixen. So, das Malmedium ist jetzt mit der Ölfarbe vermischt. In dem Fall ist es eine Norma-Ölfarbe. Es ist natürlich genauso möglich, mit den anderen Ölfarben der Firma Schminke, also mit der Mussini zum Beispiel, der Harzölfarbe oder der Akademiequalität auch zu vermengen. Ich fange jetzt mit dem Bild an. Das heißt, ich setze als erstes eine sogenannte Imprimitur auf die kleine Leinwand. Eine Imprimitur sorgt dafür, dass erstmal ein Lokalton entsteht und nimmt dem Maler auch die Angst vorm leeren Blatt, den Horror Vakui. Die Imprimitur fertige ich in einem lichten Ocker an. Dann setze ich mit Sienna gebrannt die Vorzeichnung. Auch die mache ich sofort mit dem Pinsel, sodass ich letztendlich über die Vorzeichnung in Öl weiterarbeiten kann. Ich lege erst die dunkleren Rottöne an, dann die etwas wärmeren, ins Orange gehenden Töne, setze Schatten und Dunkelheiten an, versuche das Volumen langsam zu steigern. Dann fange ich an, die Helligkeiten dazu zu setzen. Man sieht mehr und mehr, wie die Farben sich entwickeln und wie weiche Übergänge entstehen, die das Medium L hervorruft. So, die Arbeit ist fertig. Medium L wirkt übrigens trocknungsbeschleunigend. Und wenn Sie das nächste Mal mit Öl malen, dann probieren Sie es doch einfach mal aus.